Herzlich willkommen! Wenn Sie unter Bluthochdruck leiden, werden Sie erfreut sein, dass Sie dieses Video angesehen haben. In diesem Video werde ich erklären, warum Menschen an Bluthochdruck leiden und welcher Mineralstoffmangel häufig dahinter steckt. Tatsächlich ist bei 90 Prozent aller Bluthochdruckfälle von essentiellem Bluthochdruck die Rede, was bedeutet, dass die Ursache unbekannt ist. Dies spielt Pharmaunternehmen in die Hände, die Medikamente gegen Bluthochdruck verkaufen. Es ist erwähnenswert, dass antihypertensive Medikamente zu den am häufigsten verschriebenen Medikamenten weltweit gehören. Lassen Sie uns zuerst einmal darüber sprechen, was Bluthochdruck ist und was der Blutdruck bedeutet. Der Blutdruck wird durch zwei Zahlen dargestellt, die obere Zahl, auch bekannt als systolischer Druck und die untere Zahl der diastolische Druck. Idealerweise sollte der Blutdruck bei 120 zu 80 liegen. Diese Zahlen repräsentieren die Kraft, mit der das Herz das Blut durch den Körper pumpt, systolischer Druck, sowie die Entspannung des Herzens zwischen den Herzschlägen, diastolischer Druck. Das Blut wird durch die Adern zu den kleinsten Kapillaren transportiert, wo es Sauerstoff und Nährstoffe abgibt. Anschließend fließt es durch die Venen zurück zum Herzen und wird von dort aus zur Lunge transportiert, wo es erneut mit Sauerstoff angereichert wird. Wenn das Herz schlägt, zieht sich der Herzmuskel zusammen, um das Blut durch den Körper zu pumpen. Dies ist der systolische Druck. Danach entspannt sich das Herz, um sich für den nächsten Schlag vorzubereiten. Dies wird durch die untere Zahl den diastolischen Druck dargestellt. Zusammen zeigen diese beiden Zahlen den Herzrhythmus an. Wenn Sie hohen Blutdruck haben, bedeutet das, dass es eine Art von Widerstand gibt. Das kann eine Blockade oder verschiedene andere Faktoren sein, aber letztendlich bedeutet es, dass das Herz mehr arbeiten muss. Es gibt viele Untersuchungen, die die Beziehung zwischen einem Kaliummongel und Bluthochdruck untersuchen. Meiner Meinung nach ist ein Kaliummongel bei vielen Fällen von essentiellem Bluthochdruck ein Hauptfaktor. Warum sage ich das? Nun, die meisten Menschen haben zu wenig Kalium im Körper. Das liegt daran, dass es schwierig ist, genug Kalium zu bekommen, da wir eine Menge davon brauchen, ganze 4700 Milligramm. Aber die meisten von uns schaffen es nicht so viel zu essen. Es ist interessant, dass alle über die Reduzierung von Natrium sprechen, um den Blutdruck zu senken. Aber warum redet niemand darüber, den Kaliumspiegel zu erhöhen? Das ist doch auch wichtig, oder? Wenn wir weniger Salz essen, steigt unser Kaliumspiegel automatisch. Wir brauchen etwa die Hälfte so viel Natrium wie Kalium und ich denke diese Verhältnisse sind wichtiger als die absoluten Mengen. Viele Menschen haben einen sehr hohen Natriumgehalt und einen sehr niedrigen Kaliumgehalt, oft sogar im Verhältnis von drei Teilen Natrium zu einem Teil Kalium. Aber was macht Kalium eigentlich für ihre Blutgefäße und ihr Herz? Erstens steuert Kalium direkt den Tonus des Gefäßsystems, was für das autonome Nervensystem von Bedeutung ist. Dies ist wichtig, da es direkt mit Situationen von hohem Blutdruck verbunden ist, beispielsweise wenn sie einen Berg hinauflaufen und Adrenalin freigesetzt wird, um den Blutdruck zu erhöhen. Kalium senkt das Adrenalin, unterstützt die innere Schicht der Arterien, die sogenannte Endotelschicht und verbessert die Insulinresistenz. Es macht Insulin empfindlicher und das Erstaunliche ist, dass bei den meisten Kaliumpräparaten jede Tablette normalerweise nicht mehr als 99 Milligramm enthält. Wie viele Tabletten müssten sie also nehmen, um 4700 Milligramm zu erreichen? Es gibt jedoch Elektrolytpulver, die mehr als das enthalten. Die andere Überlegung, die Menschen hinsichtlich Kalium haben, ist, dass Kalium für die Nieren schädlich sei. Das ist völlig falsch. Kalium ist sehr gesund für die Nieren und schützt sie sogar. Erst bei fortgeschrittener Nierenerkrankung, wie zum Beispiel im Stadium 4 oder 5, kann Kalium gefährlich werden. Eine noch interessantere Sache ist, dass die Top-Medikamente zur Behandlung von Bluthochdruck alle Kalium enthalten. Ist das nicht interessant? Könnte es sein, dass einige der positiven Effekte dieser blutdrucksenkenden Medikamente auf die Wirkung von Kalium zurückzuführen sind? Woher bekommen wir also unser Kalium? Sie könnten es aus Salaten bekommen, aber sie müssten mindestens 7 bis 10 Portionen davon essen, um ihren täglichen Kaliumbedarf zu decken. Im Durchschnitt konsumiert eine Person jedoch nur etwa anderthalb Portionen davon. Außerdem enthalten diese grünen Blattgemüse auch Magnesium. Die Kombination von Kalium und Magnesium ist äußerst vorteilhaft für die Senkung des Blutdrucks. Es gibt Hinweise darauf, dass unsere Vorfahren große Mengen Kalium konsumierten, schätzungsweise zwischen 11.000 und 15.000 Milligramm. Natürlich können wir das nicht mit Sicherheit wissen, aber wenn wir darüber nachdenken, wie unsere Vorfahren früher gegessen haben, ist es plausibel. Sie haben einfach das gegessen, was sie finden konnten, sei es Fleisch, Pflanzen oder Früchte. Sie haben auch alles genutzt, was ihnen zur Verfügung stand, um ihre Nährstoffe zu bekommen. Heutzutage verlieren wir Kalium, wenn wir raffinierte Lebensmittel wie zuckerhaltige Snacks oder verarbeitete Lebensmittel konsumieren. Auch Stress, der die Hormone Adrenalin und Cortisol erhöht, kann zu einem Kaliumverlust führen. Meine Herausforderung an sie ist, versuchen sie ihren Kaliumkonsum für eine Woche zu erhöhen und die Auswirkungen auf ihren Blutdruck zu beobachten. Wenn sie es schwierig finden genug Salat zu essen gibt es auch Elektrolytpulver mit Kalium. Ich bin sicher sie werden von den positiven Auswirkungen überrascht sein. Wir hoffen, dass Ihnen dieses Video dabei geholfen hat, ein besseres Verständnis für die Zusammenhänge zwischen Bluthochdruck und Nährstoffmangel zu gewinnen. Wenn Ihnen dieser Inhalt gefallen hat und Sie mehr davon sehen möchten, abonnieren Sie bitte unseren Kanal und vergessen Sie nicht das Video zu liken. Ihre Meinung und Ihre Gedanken zu diesem wichtigen Thema sind uns sehr wichtig, daher laden wir Sie herzlich ein, diese in den Kommentaren zu teilen. Wir freuen uns darauf, von Ihnen zu hören und sind dankbar für Ihre Unterstützung. Bleiben Sie gesund und wenn Sie mögen, bis zum nächsten Mal.